Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen geführt von Gottes Hand, wir wünschen euch ein fröhliches Jahr. Im Corona-Jahr ist alles anders. Auch die Dreikönigsaktion kann nicht so durchgeführt werden, wie wir es gewohnt sind. So greifen wir zu modernen Medien zu diesem Video und grüßen Sie und Euch alle recht herzlich. Am 28. und 29. Dezember wird eigens ein Dreikönigsvideo noch gezeigt werden, wo die Sprüche aufgesagt werden, wo man den Segensspruch auch vernimmt. Am 28. und 29. Dezember werden auch bei verschiedenen Lebensmittelgeschäften Standl stehen, die Weihrauch anbieten und Kreide, wo man sich den Segensspruch CMB 2021 selbst an die Tür schreiben kann. Christus Mansionen Benedikat, Christus segne dieses Haus. Es wird auch Banderolen geben, die man sich an die Tür kleben kann, wenn man mit der Kreide eben nicht weit kommt. Bei den modernen Türen ist das oft so. Ich sage ein herzliches Vergeltzgott und Dankeschön allen Organisatoren für diese Sternsingeraktion in diesem Jahr, allen Kindern und allen Erwachsenen ein herzliches Vergeltzgott und Dankeschön. Außerdem, zu einem PS, wird es auch eine Postwurfsendung geben in der Gemeinde Admund und in Frauenberg und Artning. Dort wird auch ein Erlagsschein angeheftet sein, damit man in dieser wichtigen Angelegenheit auch spenden kann, um Kindern vor allem in Afrika und in Lateinamerika, in Asien auch zu helfen. Und ein herzliches Vergeltzgott und Dankeschön auch für eure Bereitschaft, hier die Not ein wenig zu lindern. Ich segne und behüte sie Gott im neuen Jahr 2021. Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen geführt von Gottes Hand, wir wünschen euch ein fröhliches Jahr.